Regie von Anja Gures überzeugt durch eine geschickte Verbindung von Thriller-Elementen mit emotionalen Tiefen, die das Publikum gleichermaßen unterhalten und zum Nachdenken anregen. Besonderes Highlight ist die Einbindung der Gehörlosenkultur durch die Figur von Leons Bruder, gespielt von Dozi Dugban, einem gehörlosen Tänzer. Diese Darstellung bietet nicht nur Einblicke in eine oft übersehene Gemeinschaft, sondern bereichert auch die Erzählung durch eine zusätzliche, emotional resonante Ebene.